Ja, also ich finde die Arbeit von und mit Frau Liedl super. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, auch wenn es teilweise anstrengend war, auch sich so zu öffnen und seine ganzen Themen zu erzählen und daran zu arbeiten. Bei den Anwendungen selber war es so, dass ich das richtig gespürt habe, wie mit mir was passiert ist. Mein Körper hat sich teilweise auch so bewegt und es ist einfach, dass irgendwas ist passiert, was ich nicht so in Worte fassen kann. Was aber wunderbar war. Hinterher hatte ich mich dann aber immer sehr k.o. gefühlt, sehr müde gefühlt und war immer froh, dass ich dann schlafen konnte. Teilweise habe ich mich auch so ein bisschen neben mir gefühlt. Gerade nach der ersten und zweiten Anwendung hatte ich das Gefühl, dass wirklich noch mehr passiert ist, dass das jetzt wie eine Tür aufgeht. Nach der dritten Anwendung konnte ich es jetzt im Moment nicht sagen. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, danke schön. Kita schaut representations darauf an, wie es weitergeht. 입니다. Ich bin ein bisschen bei dem Muscejig. Also geht's. Das ist ja so.